Der Kernspin ist der Gesamtdrehimpuls eines Atomkerns um seinen Schwerpunkt. Sein Einfluss auf die Eigenschaften makroskopischer Materie oder Vorgänge kann gewöhnlich vernachlässigt werden, weshalb er auch erst Ende der 1920er Jahre entdeckt wurde. Untersuchungen des Kernspins sind wichtig zum Verständnis des Aufbaus von Atomkern. Ausgenutzt wird der Kernspin vor allem für chemische Analysen und für medizinische Untersuchungen, beides aufgrund seiner magnetischen Eigenschaften. Oft ist mit der Bezeichnung Kernspin nur seine Quantenzahl gemeint, die die Werte annehmen kann. Als physikalischer Drehimpuls hat er dann die Größe, zustande kommen. Der Kernspin ist die Summe der Spins und der Bahndrehimpulse der Kernbausteine. Es sind die quantenmechanischen Regeln der Addition von Drehimpulsen anzuwenden. Die Kernbausteine Protonen und Neutronen haben jeweils die Spin-Quantenzahl 1,5. Bahndrehimpuls-Quantenzahlen sind immer ganzzahlig. Daher gibt es je nach Anzahl der Kernbausteine, also der Massenzahl, zwei Möglichkeiten. Ist gerade, dann ist die Kernspin-Quantenzahl ganzzahlig. Zb ist für den Grundzustand des Hauptisotops von Stickstoff. Es gibt zwei Unterfälle, Neutronenzahl und Protonenzahl gerade. In ihrem Grundzustand haben alle GG-Kerne einen Kernspin, denn es ist energetisch am günstigsten, wenn sich die Neutronen und die Protonen jeweils untereinander zu Paaren mit antiparallelen Drehimpulsen ausrichten. Kerne mit Spin-Null haben auch kein magnetisches Moment. Neutronenzahl und Protonenzahl ungerade. Weder Protonen noch Neutronen können sich vollständig zu Paaren zusammenschließen, weshalb viele U-Kerne auch im Grundzustand einen Spin haben. Es kommen alle Werte von B bei bis bei vor. Nur vier leichte U-Nuklide sind stabil, nämlich mit und mit und eventuell auch das sehr seltene Isotop im 1. Angeregten Zustand mit. Ist ungerade, dann ist die Kernspin-Quantenzahl halbzahlig. B oder in angeregten Energienivus hat die Kernspin-Quantenzahl im Allgemeinen andere Werte als im Grundzustand. Sie ist aber immer bei gerader Massenzahl ganzzahlig und bei ungerader Massenzahl halbzahlig. Es gibt eine Datenbank für die Spins aller bekannten stabilen und metastabilen Nuklide. Da die Atomkerne immer zusammengesetzte Teilchen sind, handelt es sich beim Kernspin nicht um einen Spin im engeren Sinn. Daher kann das magnetische Moment eines ganzen Kerns trotz positiver elektrischer Ladung sogar antiparallel zum Kernspin ausgerichtet sein. B. Beim Isotop des Sauerstoffs. Nutzungen Genutzt wird der Kernspin genauer, das mit ihm verbundene magnetische Moment in der Kernspin-Resonanz. Im äußeren Magnetfeld hängt die Energie des Kerns davon ab, wie der Spin zu diesem Feld ausgerichtet ist. Bei Magnetfeldern von wenigen Tesla ergibt sich dadurch eine Aufspaltung des Energieniveaus des Grundzustands des Kerns in der Größenordnung von 10-25 J. Entsprechend einer Photonenfrequenz um 100 MHz. Entsprechende elektromagnetische Strahlung kann von den Atomkernen absorbiert werden. Hauptartikel Die Magnetresonanz-Tomografie oder Kernspin-Tomografie nutzt die Kernspin-Resonanz aus. Kernspin-Tomografen im medizinischen Einsatz messen in der Regel die Verteilung von Wasserstoff-Atomkernen im Körper. Anders als beim Röntgen können damit Veränderungen im Gewebe zumeist gut sichtbar gemacht werden. Um dreidimensionale Schnittbilder zu ermöglichen werden Magnetfelder mit einem Gradienten verwendet, so dass aus der Frequenz, bei der die Resonanzbedingung erfüllt ist, auf die räumliche Lage zurückgeschlossen werden kann. Hauptartikel Bei der chemischen Strukturanalyse per Kernspin-Resonanz-Spektroskopie werden hingegen die Effekte beobachtet, die die umgebenden Elektronen und benachbarten Atome auf den Kernspin haben. Beispielsweise erzeugen Elektronen in der Nähe ein zusätzliches Magnetfeld, das das äußere Feld entsprechend verstärkt oder abschwächt. Dadurch verschieben sich die Frequenzen, bei denen die Resonanzbedingung erfüllt ist. Makroskopische Wirkungen Als Drehimpuls ist der Kernspin in derselben Einheit gequantelt wie der Drehimpuls der Hülle, hat aber wegen seines ca. 1.000-fach kleineren magnetischen Moments auf die magnetischen Eigenschaften von Atomen oder makroskopischen Stücken Materie nur äußerst geringfügige Auswirkungen. Deutlich sichtbar sind in einzelnen Fällen hingegen bei sehr tiefen Temperaturen die Auswirkungen der Freiheitsgrade der Kernspins. Die spezifische Wärme von Wasserstoffgas zeigt bei Temperaturen unter 100 K einen speziellen Temperaturverlauf, der sich nur dadurch erklären lässt, dass die beiden Kerne der Gasmoleküle je einen Spin-Einhalb besitzen, die sie in drei Viertel der Moleküle parallel gestellt haben, zu ein Viertel antiparallel. In beiden Fällen ist der Gesamtspin der Kerne ganz zahlig, jedoch fehlen im Ortho-Wasserstoff alle Rotations-Niveaus mit ungeradem Moleküldrehimpuls. Im Parawasserstoff die mit geradem. Diese Einstellungen bleiben in den Gasmolekülen trotz der zahlreichen Stöße untereinander über Wochen erhalten. Durch diese Entdeckung wurde überhaupt erstmals nachgewiesen, dass das Proton den Spin-Einhalb hat. Die Bose-Einstein-Kondensation, die flüssiges Helium in einen superfluiden Zustand überführt, findet nur beim normalen Hauptisotop HE4 statt, nicht bei einem Tropfen aus HE3. Der Grund ist, dass im HE3-Atom der Kern einen Spin-Einhalb hat, der das ganze Atom zu einem Femion macht, während der Kern-Spin bei HE4-0 ist und das ganze Atom deshalb ein Bosen. Das wirkt sich in der Symmetrie bzw. Antisymmetrie des quantenmechanischen Zustandes der HE-Flüssigkeit gegenüber Vertauschung zweier Atome aus und führt zu dem makroskopischen Unterschied im Verhalten der beiden Flüssigkeiten.